Aber irgendetwas fehlt einem noch. Wie wär's mit einer Glocke, die die Gläubigen herbeiruft? Die Christen benutzen Glocken. Wie wär's mit einem Horn? Nach Art der Juden. Oder eine Trommel. Es ist zu viel Blut in einer Trommel. Warum nicht die Stimme eines Menschen, wie es Amra Ben El-Katab geweissagt hat? Wenn es den Propheten gefällt. Wer meint dich, Bilal? Mich? Du hast deine starke Stimme. Lass sie hören. Klettere nach oben. 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 K진ere nach oben.